Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Also in dem Video machen wir, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gesehen habt, eine Flachwiss-Change. Aber noch nicht die Extreme-Version, aber ihr könnt hier oben abstimmen, welche Version wir noch machen wollen. Also hier oben. Ob Cola, Limo oder Wasser. Also stimmt da oben gerne mal ab. Und schreibt uns gerne Video-Ideen in die Kommentare. So, jetzt rede ich. Also heute haben wir hier so zwei Wasserpflanzen. Bei mir fehlt der Deckel. Keine Ahnung, wieso. So, und zwar, wir hocken uns gleich mit den Stühlen so hin gegenüber. Dann nimmt jeder einen Schluck Wasser im Mund. Und dann erzählt unser lieber Kameramann, Lenas Bruder, uns Witze und Flachwitze. Und wer dann halt lacht, muss es dem anderen ins Gesicht spucken. Und wer gespuckt hat, Thomas liest uns vor. Ja, genau. Und sorry fürs Licht, es ist... Das ist perfekt oder so. Keine Ahnung. Egal. Auf jeden Fall sind wir draußen und deswegen ist es hier so, keine Ahnung, blöd belichtet. So, okay lieber Kameramann. So, also dann klatschen wir jetzt und dann sind die Stühle umgestellt, okay? Okay. Eins, zwei, drei, also wir haben es jetzt umgestellt und eine kurze Planänderung vorab. Also wir machen zehn Flachwitze gesamt und ja, die werden uns jetzt da mal vorgelesen. Genau. Also nehmen wir Wasserpflanzen. Ich finde es jetzt schon lustig. Ich weiß, dass ich komplett nass werden werde. Und ihr könnt Bestrafungen unten in die Kommentare schreiben. Es reicht, du verpflanzst, Kim. Der erste Flachwitz. Nur mal so einen leichten zum Einspielen. Wie nennt man einen dicken Schriftsteller? Kugelschreiber. Was sagt ein chinesischer Psychopäut zu einer Gruppe bei Anti-Aggressionstraining? Nee, hau! Scheiße, jetzt steht's 2-1 für Lena. Wir blenden euch die Punkte ein. Ich hab den immer noch nicht verstanden. Nee, hau! Hat der gesagt. Dann schau ich mich. Nicht hauen. Ach so. Was ist grün, brennt auf der Haut und schläft ständig? Eine Pennnessel. Eine Pennnessel. Pennnessel. Oh mein Gott. Pennnessel. Das ist voll miet. Du hast mich gefallen. Pennnessel. Pennnessel. Ich glaub's nicht. Der war echt gut. Okay, jetzt steht's 2-2, oder? Wie viele Pütze haben wir schon? Das ist viel zu wenig. Drei. Dann steht's 2-2. Wenn es mich nicht mal gehört, das will ich auch einfach nur da. Ich hab ja auch noch Gleichstand. Ich will diese Scheißbestraung nicht machen. Ein Yoga-Lehrer liegt auf dem Boden. Furzt und schreckt seine Beine gerade in die Luft. Welche Figur stellt er dar? Eine Duftkerze. Das ist mein Lippenstift. Was machen die Ostfriesen, wenn ein Loch im Boot ist? Sie baut ein zweites, das da das Wasser wieder abfließen kann. Das ist voll dumm. Was machen Mathematiker im Garten? Wurzeln ziehen. Wie nennt man einen fetten Veganer? Vier Tonne. Du siehst wirklich gut aus. Jetzt geht sie. Also, Lena ist wieder da. I, du hast mir richtig hart ins Gesicht gespuckt. Boah, das mach ich auch jetzt, wenn ich lachen muss. Das mach ich auch, wenn ich lachen muss. Wie viel steht's denn jetzt? Keine Ahnung. Wir haben auf jeden Fall schon sieben. Wie nennt man eine japanische Unterhosenfabrik? Saki-Fapaki. Saki-Fapaki. Ich hab mich nur verschluckt. Hast du da rein? Doch, ich hab mich nur verschluckt. Ich fisch nicht ein. Ach, ein Punkt für mich. Nein, jetzt darf ich doch nochmal dich anspucken. Kitzler! Das war schon lustig. Weil wieder das Saki-Fapaki gesagt hat. Soll ich den Witz jetzt nochmal sagen? Okay. Wie heißt ein deutscher Torwart mit Wahnverstellungen? Paranoia. Also, wir haben einfach nur zweimal gesprungen. Ich hab gehustet. Da ist noch ein bisschen Wasser langgekommen. Ich hab gestern ein Brötchen angerufen. Aber es war belegt. Wie nennt man eine Kuh auf dem Fahrrad? Murat. Was ist weiß und kann fliegen? Was ist weiß und kann fliegen? Biene Mayo. Was passiert, wenn man Cola und Bier gleichzeitig trinkt? Man kollabiert. Du darfst dich doch nicht einfach aufbücken. Sie hat voll geschummelt. Nein, alles ist in meinem Gesicht. Das darf man nicht, oder? Ich hab so gespuckt, so spucke ich immer. Aber man darf sich nicht spucken. Schau mal, wie es jetzt aussieht. Ich hab alles über dich gespuckt. Also, das war's jetzt mit dem Video. Wie ihr seht, sind wir drin, weil es zu kalt geworden ist draußen und weil wir einen neuen Tag haben, weil wir zu faul waren, das Video auszuwerten und wir nicht wussten, wer gewonnen hat. Aber, das muss ich ganz schnell verkünden, ich hab gewonnen, also schreibt Bestrafungen für Lena in die Kommentare. Sie wird sich schon total freuen. Ja, und dann werden wir in den nächsten Videos oder so mal die Bestrafung dazuhängen oder drehen. Und wir wollten uns nochmal bedanken bei unserem Kameramann und Videoschneider, Lenas Bruder. Ja, und dann... Also, schreibt gerne Bestrafungen in die Kommentare. Dann folgt uns gerne auf Instagram. Abonniert uns und lasst, wenn euch das Video gefallen hat. Und wenn ihr nochmal sowas wollt, gerne einen Daumen nach oben da und stimmt da. Da oben ab. Ja. Was wir machen sollen, das haben wir ja schon mal gezeigt. Ja. Okay, dann... Tschüss!